Franz, ich weiß, dass das ein Riesenfehler war. Ich bring doch keine Frau um. Was war ein Riesenfehler? Nein, es war nicht ein Bobby zu viel. Die Gisela war bei den Landfrauen. Akoi laufen dort bei uns im Moment. Jetzt auch nicht direkt. Und da hast du dich an deine erotisch aufgeschlossene Untermittlerin erinnert. Der Flötzinger hat mich draufgebracht. Du nicht ablenken? Ja, Franz, ich schwöre, es war nur ein einziges Mal. Und es war auch nur sehr kurz. Und hier hat es gar nicht wirklich gefallen, glaube ich. Was, du hast eine Affäre mit dem Mordopfer gehabt? Ach, Franz, da bist du ja. Ich habe dich schon im ganzen Rathaus gesucht. Das ist mein Büro, wo soll ich sonst sein? Du, was mache ich jetzt mit dem Kessel? Also der, der die Leiche von der Simone gefunden hat. Der hat wirklich ein 1A-Alibe. Der war nämlich im Nagelstutt. Papa? Was machst denn du da? Zeugenbefragung. Ui, darf ich mitmachen? Nein!